Heyo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MindCity 2. Ich befinde mich gerade am Spawn, ich habe gerade einen Neustart gemacht, deswegen bin ich fast alleine, da kommen sie schon wieder alle drauf. Ja, liebe Leute, bevor ich gleich wieder hier über die Map fliege und ein paar schöne Sachen vorstelle, möchte ich einmal kurz in die Runde fragen oder euch in der Community fragen, ob sich jemand ganz gut oder ja, auf jeden Fall gut mit Photoshop auskennt, weil ich suche in Zukunft jemanden, der mir einen neuen Kanalbanner erstellen könnte. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, wenn ihr meint, ihr könnt mit einem Programm wie Photoshop oder Gimp 2 oder irgendein anderem Programm schöne Kanalbanner erstellen, dann meldet euch doch einfach bei mir und dann zeige ich euch mal, wie ich das gemeint habe. Es geht eigentlich nur um einen Schriftzug für meinen Kanalbanner, den man ganz gut mit Photoshop glaube ich erstellen kann. Da ich kein Photoshop habe, frage ich euch einfach mal, frage ich einfach mal in die Runde nach, vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der sehr talentiert ist, der sowas ganz gut kann, das würde mich richtig freuen, dann melde dich bitte mal bei mir, dann werde ich mich mit dir kurz schließen und dann schauen wir mal, ob du das hinkriegst, so wie ich mir das vorstelle. So, vielen Dank für eure Anteilnahme. Jetzt geht es mit dem üblichen Geschäft weiter. Oh, wer taucht denn hier nackig vor mir auf, das kann doch nicht wahr sein. Cesar. Chaosfloh. Hat der denn Rechte? Wow, jetzt sind aber wieder viele neue gerade da. Oh, freut mich auf jeden Fall. Jahudi. Jivali. Jivali. Meine Güte, hier sind aber echt freut sich viele neue da. Lukas war von gerade und oder Fifi auch. Player Okta auch. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, was ist los Lukas? Was fuchtest du mit deinen Händchen so rum? Muss dir irgendwas Wichtiges sein? Was steht da? Party? Nee, ich bin in der Aufnahme. Hast du doch gerade gefragt. Hast du Alzheimer oder was? Du bist doch erst zwölf. Nein, ich glaube, du bist älter. Aber, warte mal. Aufnahme. Hier. Da. Luki, Luki. Da. Ja. Wieso? Da. Aufnahme. Ja. Ich habe doch meinen Anzug an. Kann ab und zu sein, dass ich das vergesse, meinen Anzug auszuziehen. Aber ich bin jetzt gerade live in der Aufnahme. Genauso wie du. Lukas, eins, zwei, drei. Ne. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins, vier, drei. So. Jetzt werde mal fertig, Lukas. Weil ich mag das nicht so, wenn man mich in der Aufnahme ständig stört. Weil ich muss viele schöne Sachen von den Leuten jetzt zeigen. Deswegen. Dein letztes Schild. Fertig? Nein. Fertig? Nein. Ich mache das noch zweimal, dann ist es bestimmt fertig. Fertig? Nein. Fertig? Ja. Guck mal. Was ein Timing. Kannst du meinen World Trade Center zeigen? Ja. Komm. Können wir mal machen. Auch wenn es noch nicht fertig ist. Aber dafür, weil das ein schön großes Gebäude ist, zeige ich das natürlich gerne mal in den Aufnahmen. Wenn es komplett fertig ist, dann stelle ich es komplett vor. Aber so ein bisschen zeigen kann man ja. So. Ich glaube, das war in diese Richtung. Da kann ich noch ein bisschen gucken. Ein bisschen gucken, wo rote Balken sind. Und ich möchte noch mal eine Ecke finden hier auf der Map, die ich noch gar nicht selber gesehen habe. Das habe ich erst auf der Map gesehen, dass da was entstanden ist, was groß ist. So. Hier können wir das mal zeigen. Ist das jetzt fertig? Nein. Das ist übrigens dann das World Trade Center. Eines davon. Das alte noch. Schauen wir uns doch mal von oben ein bisschen an. Klingt ein bisschen höher. Das One World Trade Center, das neue, wird gerade auch gebaut. Upp. Ach. Da ging gerade mein Handy los. Sorry, Leute. So. Mit der fetten Antenne hier oben. Sieht ein bisschen aus wie ein Fernsehen. Ach, ein Fernsehturm wie ein Leuchtturm. Ah, ist schon schön groß geworden. Gehen wir mal nach unten. Upp. Ja, fast im Pool gelandet. Das ist einfach ein roter Balken. Was steht da gerade? Da stand doch gerade was. World Trade Center. Lukas, Google nochmal. Das ist ein bisschen falsch geschrieben. Das E muss da weg. Das geht einfach nur mit A. So. Und mit D glaube ich auch. Das ist ein T. Ja. Das E muss weg. Das A kann bleiben. Das D kann. Das T muss weg. Und da muss für ein D hin. Also Trade. Ne. Ach, man kann hier noch gar nicht so richtig rein. Ne, ne. Alles gut. Ich möchte nur mal kurz ein bisschen reingucken. So. Mehr möchte ich ja noch gar nicht zeigen. Hä? Was hat er da geschrieben? Bitte Nacht machen. Ach, okay. Na klar. Oh, das sieht natürlich cool aus. Mit den ganzen Lichtern und so. Ich glaube, da sind Fackeln dazwischen. Wow. Eines der wenigen Gebäude, die beleuchtet sind. Gefällt mir gut. Boah. Von unten. Von oben. Hat was. Schön. So, machen wir mal wieder Tag hier. Bevor ich gegen den nächsten Wolkenkratzer fliege. Gut gemacht. Dann sehe ich gerade hier unten. Haben wir eine Tankstelle. Stellen wir die mal eben vor. Blub. Da hat auch wieder einer gut aufgepasst mit den Betonblöcken. Trockenbetonblöcken, muss ich dazu sagen. Okay, wo fängt es denn hier an? Okay. Waschanlage haben wir? Wir fangen mal von da hinten an. Uh, wir fliegen mal hier durch. Hier fängt die Straße an. Okay. Geil. Direkt so ein Tanklastzug hier. Cool. Na, er füllt erstmal das ganze Benzin hier auf. Die einzelnen Tanksäulen. Super. Super 10. Diesel? Ja. Diesel. Wo ist normal? Super. Super 95. Ah, okay. Kümmern wir uns hier zwischen noch so ein bisschen an. Gehen wir mal in den Shop rein, ne? Gut Tag. Einmal die 5. 29,30 Euro. Okay. Hier. Ein Fuffi. Ein 50er. Okay, so ein kleiner Shop hier. Was ist das denn für ein Ding hier? Hä? Was soll das sein? Das verstehe ich jetzt nicht, was das sein soll genau. Okay, was haben wir hier? Donuts. Oh, lecker. Donuts. Oh, schöne Schokodonut. Pflanzen. 1,99. Okay. Köpfe zu mitnehmen oder wie? Getränke. Ah, okay. Getränke. Erstmal ein Creeper-Getränk nehmen hier. Was sollen wir mit Red Bull, wenn es Creeper-Drink gibt? Okay. Hier stehen so einzelne Autos rum. Ist doch von E-Rei, ne? Ich sehe überhaupt kein Schild eigentlich. Oder habe ich das verpasst? Hier steht das über dem Shop das Schild. Nee, aber das müsste von E-Rei sein. Was haben wir denn da? Pumpe. Okay, wird Luft aufgepumpt. Für die Autoreifen. Sind das alles hier? Staubsauger. Nee, das ist ein Staubsauger. Und das hier? Ach, auch ein Staubsauger. Ah, cool. Dann können wir sich die Autos sauber machen. Dann haben wir eine Waschanlage. Ja, läuft schon. Mit dem Schwamm vor allem ganz cool gemacht. So, habe ich noch irgendwas vergessen? E-Rei, schreib doch mal in die Kommentare. Oder bist du hier? Warte mal. Ah, nee. Du warst in der letzten Folge hier mit auf der Web. Schreib doch mal in die Kommentare, ob das deine Tankstelle ist. Weil ich weiß ja, dass du meine Folgen immer guckst. Würde mich mal interessieren. Das müsste doch deine sein. Oder? Ich habe nämlich noch eine zweite irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ob das deine ist oder die andere. Schreib mal gerne in die Kommentare rein, ob das deine ist. Und dann, wenn du auf der Map bist, kannst du gerne nochmal, ich fliege einfach mal in die Richtung, weil ich lange nicht mehr erinnere, kannst du gerne nochmal dein Namensschild ranknallen. So, haben wir hier noch was? Das geht hier nämlich auch richtig weit noch. Fast bis zum Mapende. Was ihr hier links auf der Karte seht, das ist ja gerade mal das Zentrum. So, oh mein Gott. Wie weit geht es denn noch hier? Aber ich, da ist ein roter Balken. Genau, das können wir auch nochmal zeigen hier. Ein Parkhaus. Guck, da hinten ist schon das Mapende, wo ihr meine blaue Bahn seht, die MainCity Bahn. Die geht hier einmal um die ganze Map. Was haben wir denn hier? Da ich noch nicht so viele Parkhäuser gesehen habe, habe ich mal eins gebaut. Möhre 007. Ja, das hast du auch gut gebaut. Ich habe es mir ja schon mal angeguckt. Stimmt ja, wir haben noch kein Parkhaus. Du wolltest noch eine Tiefgarage bauen. Ich weiß nicht, ob du die jetzt schon fertig gebaut hast, weil es ist ja nicht so leicht auf den Server zu kommen. Okay, das wäre das Parkhaus. Da soll das übrigens ein P sein. Okay, das kann man auf jeden Fall erkennen. Ein Auto hat den Weg ins Parkhaus gefunden. Die anderen stehen noch auf der Straße. Die kommen nur noch nicht durch den Berufsverkehr. Was ist denn das für ein Auto? Steht hier die Marke dran? Smart. Ja, von der Größe könnte das passen. Dann gehen wir mal rein hier. Parkhaus von Möhre 007. Okay. Der James Bond 007 hat das ganze Parkhaus hier gebaut. Das ist ein übliches Parkhaus halt, ne? Okay, jetzt zum Oberdeck. Okay, aber ich möchte gerne mal gucken, ob du noch eine unterste Etage gebaut hast. Ist nicht so einfach, weil man kann ja nur drei Blöcke in die Erde reinbauen. Aber kann ja sein. Ich meine doch, du, ich habe mal was gesehen, was du angefangen hast. Ich muss mal kurz hier rumfliegen, ob das wirklich hier ist. Oder hast du es angefangen und gemerkt, dass es nur drei Blöcke tief geht und hast aufgehört? Das kann natürlich auch sein. Nee, ich glaube nicht. Oder hinter der Treppe habe ich da irgendwie einen Weg verpasst. Ach doch, hier hinten geht es runter. Ja, ich wusste doch. Irgendwas habe ich doch verpasst. Oh, ist doch dunkel hier unten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Seht ihr überhaupt noch was? Ich hole mir mal einen Trank. Ne, wo ist er? Da ist er. Ich muss ja mal was trinken. Oh. Hier bist du ja noch gut im Bau. Ach, hier hat doch noch recht viel Platz, ne? Von der Höhe her. Cool. Das wundert mich jetzt, dass echt so viel Platz hier noch drin ist. Ah, geil gemacht, ey. Super, haben wir das. Ohpala, ich will nicht rausgehen. Haben wir es auch noch gefunden? Dann tp'n wir uns mal jetzt zu den ganzen Leuten. Mal gucken, ob sie schön brav was bauen. Ah, was fliegt hier rum? Ich beobachte euch, liebe Leute. So, war denn hier noch was in der Nähe? Die große Shopping-Mall. Miki, jetzt muss mal wiederkommen. Bisschen weiter bauen hier. Die ist ja fast fertig. So. Chaos-Flow. Fliegt auch nur rum. Oh, das schreibt wenigstens ein Schild. Ach, das ist ein roter Balken. Ich hab grad gedacht, das wäre ein Lava-Balken. Ja, das ist die große Baustelle von E-Rei. Chaos-Flow. Du, du lebst doch. Ja, schön. Ich finde mein Haus nicht. Ja, komm mal mit hier. Komm mal mit. Ich zeig dir, wo dein Haus ungefähr ist. Ich weiß ungefähr, wo die Ecke ist. Kurz orientieren. Wo der Spawn ist. Okay, da. Wir müssen ganz grob in... in diese Richtung. Hier geradeaus. Da habe ich nämlich vor zwei Folgen sein Haus nämlich gesehen. Ich weiß ungefähr, wo es ist, aber ich weiß nicht mehr genau, wie es aussieht. Aber das ist auch noch ein roter Balken. Oh mein Gott. Überall rote Balken. Ich träume schon davon. Ich laufe einfach in real life durch meine Stadt und sehe überall rote Balken. Irgendwo muss es hier ja sein. So. Bist du bei mir? Hier irgendwo muss es sein. Ah ja, findet er es? Ah ja, genau. Da ist sein Haus. Ja, genau. Cool. So. Was macht denn der hier? Ah, die fliegen alle nur rum. Ah, gut, dass du es draufgeschrieben hast. Das sehe ich gerade hier. Hier ist ja das Boothaus. Ich hatte ja mal erwähnt. Schreib doch mal irgendwas dran, was das ist. Hast du gut gemacht. Boote steht jetzt dran, ja? Okay. So. Z-King. Ah, da baut jemand was. Oh, was ist denn hier für eine Technik? Was sind wir denn hier? Ach, das ist eine Disco. Okay, cool. Ist noch alles im Bau. Cool. Ja, was geht? Was ist das denn? Hä? Das sieht aus wie diese Chorus-Pflanze. Hä? Gibt es die jetzt in anderen Farben? Warte mal. Das sieht aus wie diese hier. Diese Chorus-Pflanze. Ja, da fällt mir jetzt ein Block auf den Kopf. Ah, das waren einfach mehrere kleine Blöcke. Betonblöcke. Was soll das für eine Maschine sein? Betonblock auf den Kopf, Fallmaschine? Lukas, waren wir ja. Player Octai. Oh, was braucht er denn hier? Ein Taxi? Hi. Hier ist doch irgendwo sein Bahnhof. Ja, der Bahnhof ist nämlich fertig. Hier baut er auch wieder was Neues. Den Bahnhof werde ich euch auch noch präsentieren. Ah, okay. Hier baut er viele Sachen noch neu. Da gibt es noch viel zu sehen. Das werden wir aber nochmal separat machen. So, ähm. Wo sind die Schiffe? Ich will ja zu diesem Bereich fliegen mal. Der mir so mysteriös erscheint, wo viel gebaut worden ist. Ähm, okay. Da ist die Rakete. Hier hinten sind die Schiffe. Okay, ich war gar nicht mal so verkehrt. So, hier sind diese riesigen Schiffe. Auch kleinere dabei. Muss ich auch mal wieder ein bisschen was zeigen. Hier befinde ich mich zwischen den zwei größten Schiffen derzeit. Aber ich weiß nicht, was sich da hinten befindet. Wo wir jetzt hinfliegen. Da waren auch noch riesige Schiffe. Hier haben wir da die AIDA. Da haben wir von Sniper-Mods auch noch ein riesiges Schiff. Oh ja. Hier gibt es echt noch viele Schiffe zu zeigen. Oh mein Gott, das muss ich auch noch zeigen. Hier links das Schiff. Dann bauen sie hier eine riesige Anlegestelle hier von AIDA hier. Ah, ist schon riesig. Guck dir, ich dachte, Mann, ist ja mega. Gut, und jetzt orientiere ich mich an dieser Spitze, weil in diese Richtung habe ich was auf der Karte gesehen. Ich weiß nicht, was es ist. Das sieht aus, als wären da auch riesige Schiffe gebaut. Ich muss so ein bisschen schräg mal da hinfliegen. Ich fliege mal so dahin. Ach, guck mal. Das ist von hinten. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Das ist auch noch ein kleines Schiff. Aber es muss weiter in diese Richtung sein. Ich will jetzt unbedingt wissen, was das ist. Das war genau, das war am Mapende, war das. Aber es war richtig weit weg. Da baut wohl jemand richtig außerhalb. Bin ich mal gespannt. Da standen so einige Sachen. Boah, ja, guck mal. So könnt ihr zum Beispiel sehen, wie viel Platz wir noch auf der Map haben. Okay, jetzt müsste das vielleicht mehr in diese Richtung sein. Es müsste gleich kommen, wenn ich unten auf meine Minimap gerade gucke. Irgendwo hier muss was gebaut worden sein. Wo ist es denn? Hä, das ist echt merkwürdig gerade. Hm. Bin ich jetzt, bin ich jetzt. Da wird ein Feuerball auf mich geschossen. Von da kam ein Feuerball. What the fuck? Was ist hier los? Hä? Habt ihr das nicht gerade gesehen? Das war doch ein Feuerball. Ich muss mich mal kurz zu den Leuten teleportieren. Wer ist denn grün? Fifi. Ach, okay. Fifi's. Hi. Ähm. Pff. Was war das denn gerade komisches? Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Ich will euch das mal zeigen. Ich bin noch nicht doof. Am Spawn gibt es eine Karte. Und da kann ich nämlich, kann ich nämlich euch genau zeigen. Oh, verlassen das Spiel, die beiden. Okay. Da will ich jetzt mal am Spawn euch das zeigen. Ich bin da doch gerade hingeflogen. Ähm. Ich muss hier hinlang. Ganz merkwürdig. Ich war doch da in der Ecke, oder nicht? Hier unten wollte ich hin. Da. Seht ihr? Hier war ich gerade. Das ist das AIDA-Schiff. Seht ihr ja, ne? Daneben ist er von Sniper-Mods. Ich bin hier so durchgeflogen. So. Wut. Ach nein. Ich bin zu weit geflogen. Also es kommt hier noch, eigentlich noch eine Karte drunter. Und hier war ich dann. Hier ungefähr. Also hier unten war ich dann. Wo ich musste hier so ungefähr in die Mitte. Ach so. Ähm. Okay. Ich orientiere mich dann an dem zweiten Schiff. Und dann einfach runter. Da müsste ich drauf zukommen. Ich versuche es nochmal. Ich will es jetzt mal wissen. Ich will euch das jetzt mal zeigen. Dass ich nicht hier voll verblödet bin. So. Waren nochmal die Schiffe. Ähm. Ich glaube hier in diese Richtung war das. Aber ich bin halt ein bisschen zu weit geflogen. Hier müssen die Schiffe jetzt gleich kommen. Oder auch nicht. Meine Güte. Ich verliere die Orientierung hier. Der Screenfant kennt sich nicht mehr auf der Map aus. Was sind denn jetzt die Schiffe? Meine Güte. Das kann doch nicht wahr sein hier. Ach da sind die. Ach. Ich dachte schon. Genau. Und an diesem Schiff orientiere ich mich jetzt mal kurz. Wenn ich jetzt einfach von hier so ein bisschen daneben so runter fliege, müssten da Schiffsteile auftauchen laut Map. Aber irgendwie kommt hier mal gar nichts. Was ist denn das bitteschön? Da ist wieder Map Ende. Ich verstehe das nicht. Ich fliege mal ein bisschen hier jetzt so hin. So müsste ich doch irgendwas erkennen. Das kann ja auch kein falsches Map Teil sein, was da unten dran gemacht worden ist. Oder doch? Oh mein Gott. Ich finde mich hier nicht mehr zurecht. Liebe Leute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich gehe mal weiter auf die Suche. Wir werden das Geheimnis schon lüften. So. Vielleicht wisst ihr auch in der Community mehr. Vielleicht hat da jemand ja was gebaut und weiß Bescheid. Der kann mir dann mal Bescheid geben in den Kommentaren. Auf jeden Fall bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt. M2. Ciao. Ciao.